Ins Mark der Erde bei Dämmerschein, in die dunklen Tiefen dringen wir ein. Wir zwingen die Berge in harter Schicht und bringen die Herze ans Tageslicht. Dass andere im Lichte leben können, müssen wir knappen im Dunklen frönen. Wir schürfen und bauen und fürchten uns nicht. Wir wagen und schauen dem Tod ins Gesicht. Und was in der Tiefe auch treut, ein Bergmann Gefahren nicht scheut. Im Berge zu dienen ist unser Gebot. So schwer wie wir knappen, verdient niemand sein Brot. Und stürzt einst das Wasser, zerbricht das Gestein. Dann sind wir im Sterben mit Gott ganz allein. Dann kündet vom Turme mit ehrendem Klang die Glocke des Bergmanns letzter Gang. Im Berge zur Arbeit immer bereit. Drum tragen wir knappen ein schwarzes Kleid. Bei einer Bergkrattenführung kannst du Adolf live erleben.